so 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 ich habe eine sache komplett übersehen und vergessen wo fangen wir am besten erstmal an ich glaube wir fangen erst mal hier an komplett übersehen eine sache einige sachen wusste ich auch nicht aber wir fangen mal schritt für schritt an nicht wahr so wir sind jetzt hier wie wir sehen ist diese nicht diese doch 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 ich muss kurz fenster die chalosin runterziehen ist blendet wir haben auch von der netten gehört falls wir die jetzt sehen erstmal ist das hier abgeschlossen ja genau und dann hatten wir von der netten gehört das ist öfters mal laut ist ich hab das gehört irgendwas ist hinter den wänden irgendwas klopft hinter den wänden um oh it's you forgive me my mind never ceases to turn of late well i know i can trust you i saw something slithering in the pitch black of night it entered the room next to this one and never came out if i'm not mistaken it took the form of a serpent just like me does the volcano manner hide some secret that lady tanis has kept from me i realize that i shouldn't impose but if you discover anything would you please share ja so das habe ich überhaupt gar nicht gecheckt gehabt ich wollte ja gucken ob man von draußen reinkam oder reinkommt so erstmal passt auf hey lymphau hier geht es durch und da hört man eine schlange oder nicht die schlange sondern schnecke so nehmen wir erstmal das hier weil ich sehe nichts hallo so was man nicht alles entdeckt noch eine schnecke mehrere sogar so sprießender horn so hier geht es runter hier geht es ein bisschen weiter denn was man nicht alles entdeckt ich muss nur gucken wo das war oh hallo sind das schlangen oder schnecken das ist so eine mischung aus beidem ne ne hier ist es nicht hallo kommt hier auch schneller runter äh ja ja ich muss aufpassen wir wollen nicht runter ne jetzt erst okay hey 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 oh gift so das sieht so aus als ob man es öffnen konnte 100 pro und vielleicht ist es die wand die man mehrmals angreifen muss gucken wir einfach mal mal guck mal den boden an hier geht es definitiv weiter wir testen das mal ja ist das vielleicht doch nicht der ort den ich dachte wir gucken wir gucken aber der boden sieht stark so aus als ob das sie da weiter gehen würde deswegen haue ich mal die ganze zeit drauf in hoffnung in der hoffnung dass das sich öffnet aber vielleicht ist es doch nicht so wie ich es dachte ich teste das noch so 20 sekunden mein finger tut schon weh aber geht doch nicht auf ich hätte jetzt schwören können dass es hier aufgeht aber ich habe mich wohl geirrt auch wenn der boden so aussieht als ob es sich öffnen würde noch ein bisschen ok hab wohl falsch gedacht glaube ich zumindest handbuch des normalischen kriegers aber hier ist es genauso ah hier geht es auf ah ok nevermind ich habe mich geirrt was kriegen wir hier ach schon der wahnsinnigen des wahnsinnigen parfümers karmann ok so geht es hier lang so dann gucken wir mal weiter denn wir konnten ja noch irgendwo eine treppe runter nicht wahr so aber weißt du was ne wir können hier die treppe runter da ist was großes ein starker gegner wie es aussieht ja sehr stark sogar und sehr schnell heile oh fuck war ich in die richtung gerollt na wir sehen bitte an ja warte mal kurz was ich brauche mein schwert hier ich brauche mein schwert hier nein heile so bluthund krallern haben wir dich und da wollte ich sagen feuersichere trockenleber yes von hier kamen wir und gehen jetzt hier weiter glaube ich hier geht es die treppen hoch und sieh da hier ist eine gnade und wohin kommen wir richtig wie kämen kommen wir runter verloren der gnade entdeckt kommen wir schon ein level ab ne wir brauchen 4000 haben nichts zum aufleveln ok dann machen wir das hier auf und sieh da wir sind bei dem vulkan hier geht es lang nice aber ich will ich noch nicht weiter ich gehe erstmal zu ihr und gucke ob ich sie ansprechen kann man weiß es ja nicht man weiß es ja nicht so ob sich hier auch was getan hat oh mein ohr juckt einen moment so mal gucken ob wir sie auf die äh 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 uns schwere wand äh aufmerksam machen können hier ist nichts da sitzt auch niemand ok gucken wir mal ob wir sie darauf ansprechen können so ne wir wollen hier lang genau aber ich glaube wir können sie noch nicht drauf ansprechen hallo hier von haus wohl kannst du um klar seite erzählen ja wirklich oh so da war sie sie nachher oh mein lady tanith my own mother has deceived me was i not whom by the grace of the king lady tanith my own mother has deceived me was i not whom by the grace hoffentlich passiert dir jetzt nichts ich wollte ihr nur helfen wirklich und da bist du ja wieder du warst das letzte mal nicht da du warst das letzte mal nicht da du bist du nicht ich bin sehr entspannt aber würdest du mir ein bisschen Zeit für mich geben ich habe noch nicht so weit erreicht ich habe noch nicht so weit erreicht obwohl ich meine Hände wieder und wieder habe ich noch 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 etwas erreicht vielleicht bin ich ein Fuss nachher nein es ist weniger als das als Dinge stand ich habe auf dem Weg der Revenge und solltet den Namen meiner Haus was 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 wie es warst ich was warst okay das heißt das hätte wir schon mal geschafft und jetzt 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 gehen wir hier hin mal gucken wie das ungefähr war das ungefähr war denn ich habe dort ich wollte ja die rani quest weiter machen und habe ein wichtiges item übersehen sie wollte ja etwas von mir nur ich habe es ihr nicht geliefert erst mal schild rein und das samurai schwert so vergiftung bla zack let's go ok jetzt muss ich nur gucken wo es ungefähr war es muss irgendwo eine treppe runter geben hier waren wir schon ich habe vollkommen vergessen dass wir einiges hier machen konnten aber wir gehen hier runter ohne viel zeit zu verschwenden hier wird man denken dass hier eine unsichtbare wand wäre so jetzt muss ich gucken wie und wo ungefähr das war denn wir müssen hier unbedingt ein item mitbringen was ich komplett verpeilt habe und dann können wir weitermachen ich muss nur aufpassen dass ich jetzt nicht sterbe 34.000 und 34.000 so die metall schleime verfolgen mich ja genau jetzt muss ich nur alles absuchen wenn nicht gucke ich das nochmal nach weil die braucht irgendwie diese kann ich mein schwert nicht rufen die braucht definitiv ein wichtiges item genau ist es dort eventuell da weiß ich noch nicht ob ich dort wirklich dort war ja lauf 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 oh das item was ich übersehen habe limpha goldene rune 4 schmeckt ah sind wir jetzt bald da wir müssen da irgendwie hin da waren wir noch gar nicht glaube ich nicht oder nicht wirklich da so ich finde es mir auch geil aber unwichtig jetzt gerade so jetzt sind wir hier hier sind die riesen und wir laufen hier einfach mal gekonnt vorbei da können wir noch nicht lang da können wir noch nicht lang da können wir noch nicht lang hier hatten wir es ja entfacht genau und jetzt gucken wir mal ob ich hier lang musste ich bin mir noch unsicher ich glaube aber ja zack kurzum schauen guck mal hier geht es weiter hier war ich noch gar nicht ich dachte einfach nur das wäre Deko aber ich habe sehr sehr falsch gedacht ich wollte gerade springen einige städte der nacht genau guck mal verjüngte body obwohl nicht so schlimm zack so jetzt sind wir mal hier irgendwas passiert und wo what the fuck ach da okay Huhnenbogen schmeckt will ich da rüber springen ich weiß nicht oder will ich hier runter springen oh jemand ist runter gefallen und hat sogar ordentlich Seelen da gelassen schmeckt so wenn ich jetzt da hinspringen würde was ich jetzt versuche Jit das war knapp ich habe mir fast in die Hosen gemacht und hier finden wir noch was Himmelstau keine Ahnung was das bringt aber wir haben es so hier ist nichts mehr ne oh Gott nicht fallen toll und nicht fallen wir könnten da runter springen oder versuchen hier hoch zu springen ich probiere mal hier hoch pop ok hat funktioniert so und weiter geht es hier nicht mehr das heißt wir müssen da runter ok jawoll und dann hier yes zack oh Gott da war es knapp und was liegt da unten was ist denn da seht ihr das ist da eine Gnade irgendwas ist da 100 pro ok ok egal so Silberträne hä was nein so tot shoppt mir aber nichts wollen doch ohne sieben wir kriegen jetzt ziemlich hohe Sachen ne so 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 hier vorsichtig wieder sein alles könnte von der Seite kommen so so ok wir könnten hier runter ich glaube das müssen wir auch gleich ich gucke aber erstmal hier nach hier ist nichts ok ok dann müssen wir über die Brücke dann müssen wir über die Brücke da nichts und da nichts ok und dann hier runter ja zack irgendwas ist doch hier erstmal das hier aufheben scharfes Schleifmesser oh nö und da ist ne Wand na what the fuck gib mir die Scheiße und wir bekommen nichts ok ah es ist ziemlich gefährlich hier gerade denn ich will nicht meine 38.000 verlieren weil ich könnte jederzeit runterfallen und hier ist ne Kugel da ist ein Item ja von hier ja und irgendwann können wir da hin nur will ich noch nicht runter erstmal öffnen wir diesen wollen wir diesen Pfad öffnen weil da ist etwas oh Gott machen wir ja ist das ein Gegner oder ein NPC es sieht nach einem NPC aus ja ja wieso kann ich nicht anvisieren jetzt kann ich auf einmal anvisieren what the fuck ich konnte gerade nicht anvisieren what the fuck egal dich haben wir jawoll Schmiedstein 3 und du bist down und was kriegen wir hier machen wir erstmal so kaputsch ne und Schatztour untersuchen was goldenes ok und hoffentlich ist das woran ich denke oh imitator Träne Asche uuuh ich weiß sogar was es ist nice aber das kostet wahrscheinlich sehr viel ne ne gar nicht aber LP kostet das uuuh i see i see i see i see ok nimm wir mit ahja lassen wir erstmal so ok aber das ist nicht das wonach wir wirklich suchten erstmal gucken wie ich da hin kommen würde und da ist ein gegner dass man hier das komplett hier übersehen hätte schon insane bei dem aufpassen oh das kann man angreifen ok material sammeln was ok what the fuck das bewegt sich ja nice alter hat mir grad angst gemacht larventräne oh hallo nein stirb ok kommen wir jetzt hier irgendwie hoch gibt es eine leiter nee ok musst du irgendwie runter springen da ist ein offenes fenster ich glaube da müssen wir wie rein springen ja oh hallo zack 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 jawoll 40k fast erreicht Level Up ist definitiv drin ich hätte gerne Gnade die ich auch gerade sehe yes sir so 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 bam so nein Stufenaufstieg auf 30 yes bam jungen Level 81 sind wir gerade und wir haben ordentlich HP ich wäre das ja gerne hoch gekommen aber machen wir dann beim nächsten mal wenn wir erstmal hier durch sind nice oder der verwandelt sich oder der verwandelt sich Silberträne jawohl jawohl ja ja halb so wild nice what the fuck komm verwandle dich verwandle dich verwandle dich Wow, okay Da hat sich wohl ein großer versteckt So Blutungsschaden, nimm, wow Weil der packt sich jetzt ein schwerer aus, ja Jawohl, tot ist er Okay, mit dem Schwert ist ja alles viel einfacher What the fuck Okay Irgendwann Dual-Wield Dual-Wield Katana, Matana Hakuna, Matana So Hier ist nur das zum einsammeln Ich könnte ein bisschen lang Aber das führt uns wahrscheinlich zu nichts, ne Wir haben schon fast wieder 10k, Lul Oh, hier ist ein Teleporter sogar Sehr schön Ich guck mich noch kurz hier um Ich glaub aber hier ist nichts besonderes So Hier ist ein Teleporter, den wir bald benutzen Aber erstmal öffnen wir das hier Und ich hoffe, dass jetzt das, was wir die ganze Zeit wollten Gold wieder Fingertöterklinge Ja, das wollten wir Große Geister-Talilie Perfekt, genau das wollten wir Ja, und wir gucken, wo wir hierhin gelangen Äh Oh Wir sind hier Okay, dann gehen wir nochmal hier lang Nice Nicht fallen Der Sprung hat doch nicht ganz gereicht So Nokon, die ewige Stadt Zack Ich wollte nicht sterben, da Ich ja, ne Meine Sache Also meine Runenbogen habe Soll ich hier lang? Zack Alle sind wahrscheinlich respawned, ne Ich muss nur gucken, wie ich jetzt gleich Da hinkomme, wo ich hinkommen wollte Zack Und Zack Okay, hat es noch funktioniert Hey, hey, hey Mann Du nervst Komm hierhin Jawohl, Blutungsschaden erstmal Reingeballert Na Boah Ja, so viel laufen kann es nicht mehr, ne Jawohl, tot 2000, Alter, die geben ordentlich Äh, so, jetzt müssen wir kurz schauen Das war Jetzt müssen wir gucken, wie wir es Hinschaffen Ich glaube, von der Brücke, ne Es ist viel besser Wo ist das Item? Wir müssen da Wir müssen da irgendwie hin Ich glaube, von der Brücke ist es einfacher Da waren wir schon Da ist auch die Kugel wieder Self-Respawned hier Ja Wie komme ich am besten hin? Ich hätte gehofft, hier oberhalb so einfach kaputt machen Wir probieren zwar über die Brücke Und wenn es nicht klappt Müssen wir vorerst leider darauf verzichten Naja, guck mal, die Brücke ist hier viel zu weit weg Um da irgendwie hoch zu kommen Ja, shit, ne Was soll ich schon sagen? Was war das denn? Ne, 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 ne Da kommen wir nicht so einfach hin Ne, müssen wir anders Ein andermal machen Aber so Jetzt können wir Äh, wo war Rani? Rani, da Wir haben jetzt endlich ihre Sache Komm her, Rani Ich hab dir was mitgebracht Uiuiui Immer wieder fall ich darauf rein So Okay Vielleicht kann ich ja auch mit dem Shirt versuchen Die Bosse da zu klatschen Auch wenn die Tankiers wachsen So Ah Es war sie Nicht Blythe Seemoth Even in my slumber I sensed it It is in thy possession Is it not? The hidden treasure of Nocron My thanks Finally all the pieces are in place Soon must I begin my journey Upon the dark path Only I may tread Ah But before I leave I shall entrust thee with this Irgendeke karyanische Statue My thanks My thanks for thy sterling efforts A strange gift perhaps But a rare sort such as thee would welcome it I'm sure I am certain now I am certain now What is it? What is it? Betreten So Hupsala War ein bisschen zu dunkel Ach ne Bevor ich das tue Podest untersuchen Let's go Olympia So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, gucke mal, alles ist auf den Kopf gestellt, ne? Ja, scheiße, wie komme ich jetzt hier weiter? Nicht fallen, Tollu, nicht fallen. Äh? Lymphau? Yes. Lymphau, indeed. Alter. Jetzt verstehe ich auch, warum ich hier damals nicht weiterkam. Oh, hallo. Laterne ist eine gute... Welche Laterne denn? Habe ich überhaupt eine Laterne? Ich weiß nicht, ob ich so eine Laterne habe. Ich habe einiges bekommen, aber... Laterne weiß ich nicht mehr. Ist das ein ausrüstbares Item? Kommt drauf an, woher man die bekommt, ne? Ich glaube, ich habe die dann nicht, die Laterne. Ich habe Fackeln. Aktivierbar? Das ist eine gute Frage, ob ich sowas habe. Weißt du auch, welcher Händler? Weil wenn... Okay, welcher Händler? Weißt du das vielleicht noch? Weil dann würde ich das schnell kaufen wollen. Fingerleserin... Fingerleserin... See von Liu... Hier... Äh... Ist die hier? Da... Ne, aber das ist nicht... Ist nicht am See von Leonia, ne? Obwohl, hier war ich noch nicht. Warte kurz. Bevor ich das mache. Alles untersucht. Oh Gott. Die erste Gnade unten im Süden am See. Warte. Die erste Gnade unten am See? Okay. Die erste Gnade unten am See. Das ist jetzt ja... Das ist jetzt Leonia, ne? Die erste Gnade unten am See. Äh... Da, wo das Evergoel neben ist. Evergoel. Da fragst du jetzt, was ist Evergoel? Nicht das hier, ne? Boy. Das ist... Das muss ja der See sein. Sorry. Warte, ich guck mal kurz was. Ne? Am See von Leonia. Ja, das ist ja Leonia. Das ist doch der See von Leonia. Das hier, oder nicht? Oder ist das Evergoel oder das Meer? Das links daneben. Das ist doch kein See. Das ist ne... Bäh. Naja, egal. Hier, meinst du? Okay. Aber das ist ein Sumpf. Das ist ein Sumpf von Leonia. Okay. Ich hab jetzt... Weil ich sehe... Ich finde nicht, dass das ein See ist. Aber hey. Ich bin auch doof. So, wo ist der jetzt? So, man sollte mir nicht vertrauen. Hä? Da ist der... Hallo, Kollege. Da. Und kaufe mir das auch. Panzerbrecher, okay. Habe ich überhaupt sowas? Ich weiß es nicht. Hat aber ein gutes Geld. Den kauf mir mal trotzdem. Man weiß ja nie, ne? So, bitteschön. Und dann hier wieder hin. Zack. Oh, ist kein Verbrauchs-Item. Das ist nur ein ausrüstbares Item. In diesem Fall. Hoffe ich zumindest. Da. Zack. In den Quick-Slot? Gute Idee. Fuck. Wie ging das denn nochmal? Da. Okay. Danke. Ist praktisch dann. Endlich. Keine Fackel mehr in der Hand. Ich bin auch so blöd. Oh, ich habe ich vergessen. Die Lymphau. Hey, hey, hey. Langsam reicht es mir mit euch. Sicher ist sicher. Hä? Habe ich Miriam nicht getötet? Ach, come on, Miriam. Du kleine Ho. Oh. Oh. Ich hatte auch die Miriam getötet gehabt. Und hier runter. Lymphau. Hey, hey, hey. Oh. Die haut da ab. Junge, what the fuck? Heilen. 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 Nein. Heilen, what the fuck? So, wo ist sie jetzt abgehauen? Das hasse ich immer wieder bei ihr. Weil sie hat sich immer geportet. What? Wie hat mich das getroffen? Oh, leil. Was ist da mit Carsten los? Wo ist sie jetzt? Die kleine Ho. Ich habe keine Messer mehr zum Werfen, ne? Scheiße. Äh. Läu, was? Wie bin ich überhaupt hierhin gekommen? Wieso bin ich da nicht die Treppe? Ne, kann man überhaupt nicht? Hä? Oh, jetzt muss ich mich irgendwie orientieren. Ach, du Scheiße. Orientierung ich, Alter. Zwei Wörter, die nicht zusammenpassen. So. Maske des Vertrauten. Oder Vertrauens. Meine Güte. Lesen sie auch nicht meine Stärke, wie man sieht. So. Nö. Nö. Stirb. Stirb. So. Oh, hallo. Klarheit. Klarheit, diese Nüsse, Alter. Komm, spring mich an. Oder auch nicht. So. Lul. Oh, hinter mir. Hallo. Lul. Jawohl. Oh, fuck. Einen Moment, ich muss mich kurz kratzen. So. Äh. Geht's lieber weiter? Ne. So, wir sind jetzt hier. Muss ich jetzt hier runterspringen? Das ist mir ein bisschen zu tief. Um ehrlich zu sein. Yolo. Äh. Ich höre was. Aber sehe nichts. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, ich muss dann auf diese... Kronleuchter. Ich höre was. Äh. So stellt sich die Frage, wie springe ich auf die Kronleuchter? Ach nö, ich weiß schon. Oder nicht auf die Kronleuchter, aber zumindest weiß ich, worauf ich landen muss. Gut. Äh, das ist unschön und... Ja. Punkt. Unschön. Da kann ich landen. Okay. Hier kann ich runter. Äh, ne. Okay, das mache ich lieber... Muss ich aber, ne. Äh. Fuck it, fuck it, fuck it. Fug. Bitte nicht, 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 nicht. Okay, das geht auch. Klar. Gut. Man weiß nie, was gleich von der Decke runterspringt. Deswegen halte ich immer das Schild oben. Oh, noch eine Trockenleber. Zwei Stück sogar. Okay. Ja, okay. Wupp. Und, zack. Weiter runter. So, wo landen wir? Hier. Hier. Nix hier. Okay. Dann, hier weiter. Und die Tür hier öffnen. Oh, was? Ah, hier ist der Turm. Oh, die Welt hat es wieder von, äh, richtig rumgedreht. Okay. Ich setze mich mal kurz hin, damit ich all meine Tränke wieder auffüllen kann. So, ich guck mir mal wieder. Flaschen. Ne, nicht genügend. Nicht genügend. Nicht im Inventar. Lymphau. Okay. So. Mit dem Pferd natürlich. Denn, das ist ein bisschen weiter weg. Keine Items hier. Kommt hier ein Gegner? Oh, fuck you, Henrik. Ich hab's gelesen. Es kommen 100 Pro-Gegner. Oh. Hallo, Big Chunk. Oh, Tanky schon mal. Kannst du aus dem Feuer gehen? Ich will ja nicht ran. Uiuiui. Oh, könnte ich immerhin noch ein bisschen blocken. Uiui. Ne, bloody Bastard. Ein starker Gegner. Junge. Lol, bloody. Heilen. Ah, Mann. Ich könnte nicht mehr dodgen, weil ich zu lange nicht geheilt habe. Lul. Heilen. Nice. Endlich konnte ich dodgen. Alter, dieser Charge, ne? Nein. Charge? Nice. Ah, kommt schon, Alter. Oh, was? Heilen. Keine Ahnung, was passiert. Lo. What the fuck? Was ist das denn, Alter? What the fuck? Nice. Nice. Blutdruckseffekt endlich draufgekriegt. Uiuiui. Chill deine Base. Geile Waffe, aber chill deine Base. Oh, le. Ich bin tot. Junge, diese Range. What the fuck? Oh, ich brenne. Oh, nicht das schon wieder. Bro, chill. Heiland. Nein, der ist nicht tot. Nein, nein, nein. Nein, der stirbt doch. Meine Güte. Kapuze der Alllegende Götter. Skalpe. Robe. Armreif. Hose. Jawoll. Oh, le. Aus Versehen ein Emote gemacht. Ich hoffe, der sportt nicht wieder. Soll ich mich heilen gehen? Er war halt stark. Muss man ihm lassen. Geiles Moveset auch. Decktherstellung. Hm. Ich könnte mal voll viele Giftsachen machen. Oder? Was ist das? Kristall. Zack. Okay. Dann können wir bald damit auch werfen. Äh. Ausrüstung. Zack. Wo ist das? Da. Wir haben voll viel. Heilen wir uns mal. Ich darf ja kein Pferd benutzen. Okay. Heiliger Turm von Dior. Ja. Okay. 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 Up. So. So, gleich ganz oben. So, dann Lymphau. Okay, gut, hier kann man sich heransetzen. Zack, 20k, ist jemand oben, der gegen mich kämpfen will? Oh, hier ist diesmal kein Finger, sondern eine Leiche. Eine verkohlte Leiche, oder? Fluche mal des Todes und Erbe der Sterngucker. Keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Teil machen kann. Ich guck mal, ob die Rani noch da ist. Ich glaube nicht, aber... Ne? Ups, hier geht's nicht weiter. Oh, schon wieder. Alter, ich vergesse es immer wieder. So. Zack. Sie ist nicht mehr da. Aber ich kann das berühren. Okay. RaniGorn. Ich vermisse sie jetzt schon. In welche Richtung zeigt das? Als ob hier... Obwohl, war ich in Renas Turm? Schon. Ich weiß es gerade nicht. Äh, wir gehen mal hier runter. Und guck mal nach. Ja, die zeigt in Richtung Renas Turm. Da. Die zeigt hier hin. Deswegen geh ich jetzt auch da hin. Wir gehen. Da. Das. so ja hier hoch so renas turm da ist ne kiste ich weiß nicht ob ich die vorher gesehen habe oder ob die jetzt gespawnt ist der schneehexe robe der schneehexe und rock der schneehexe sind das ranis kleidungen ok ich schätze mal hier durch ich habe vergessen wohin das hinführt oder ob das vorher überhaupt da war so gucken wir mal wohin wir gebracht werden komplett vergessen falls ich hier drin war stimmt ich war hier alle ich war noch nie hier gut zu wissen ich war noch nie hier und da ist eine gnade sonst kann ich auch in diesen sarg rein ich guck mal kurz hoffentlich falle ich hier nicht durch ne hier kann ich mich nicht reinsetzen so es wäre aber praktisch hat man die laterne nur einmal ich idiot die wurde aus abgewählt weil ich ja genau ich idiot my bad zack so winzige rani warte ich will es sehen winzige rani äh wo ist das da äh details details wo kann man noch mal details anschauen da niedlich eine puppe die rani der hexe ähnelt von kopf bis fuß ist jedes detail perfekt die puppe regt sich nicht und ist angenehm kühl ich will auch eine rani puppe so dann erstmal einfach nur dreck hier hinsetzen haben wir auch hier respawn zack so wie viel brauchen wir noch für den stufenaufstieg 19.200 oh was steht denn da mit winziger rani sprechen hä ich probiere es jetzt mal mehrmals oh a dogged fellow aren't we or is it merely thy habit to talk to dolls fine fine i hadn't expected any soul to recognize me in this guise but now the cat is out the bag i cannot allow thee thy freedoms perform for me a service as recompense eliminate the baleful shadows which prowl these lands the name of rani the witch is already sellied by thee i will not brook disobedience in this matter holy shit die war ja direkt und aggressiv drauf jetzt habe ich angst vor ihr perform for me a service okay jetzt habe ich angst vor ihr die ist ein bisschen oh was da hinten was riesiges die war ein bisschen aggro drauf not my rani was ist denn mit ihr passiert alter die ist jetzt viel zu aggro drauf nice tot bumm aber wir gehorchen hier for the queen the queen mag die was macht das oh ich weiß schon ah jetzt weiß ich auch ungefähr wo wir sind ich kann jetzt gerade die karte nicht öffnen okay jetzt jetzt sind wir oberhalb der scheiße glaube ich zumindest oder war es woanders irgendwas verfolgt mich doch oder ne das ist das feuer aber wir können das teil jetzt angreifen glaube ich goldene rune menschenknochensplitter okay stirb nein so so was ist denn da groß ist das die pflanze ne das ist doch das ist die pflanze sah für im moment aus wie ein käfer komm markier mich hier genau danke steinschwertschlüssel what the fuck wieso hat der das schild ausgepackt wie dumm pflanzen können nicht bluten okay oh lord oh lord bam dirb nice hü miranda pulver und euch muss ich auch töten okay mach mich mal hier so schnell okay das hat nicht ganz funktioniert aber jedenfalls kann ich jeden schneller töten zack jawohl ein bisschen aufgeräumt und einen trank zurück bekommen oh what das hat mich getroffen okay das war gerade komisch okay das das ist die kombo okay ich dachte der kann noch über einen anderen kommen aber ich stehe immer von oben nach unten so erstmal hier hinter uiuiui goldene rune okay zack schild wieder auspacken schmiedstein okay so ich stoppche der scheiß immer komm hier oh lai heiler nein jawohl todbesser und gibt's ordentlich seelen oh du geschmiedstein plus sieben genau das was wir für diese waffe brauchen nein diesmal nicht perfekt hallo kollege ja ja und heiler weißt du aber entweder das samurai schwert was wir gerade haben oder oder radar radar schwert 0 oh 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 0 na okay wir packen lieber schild aus das ist eine schwierige entscheidung entweder dieses samurai schwert oder radar okay aber ich glaube das samurai schwert momentan verlässt sich ja ja und ich weiß nicht ob ich ha naja wir warten noch mit dem level so hier haben wir alles erreicht da ist auch die gnade okay das weiß ich letztes mal habe ich mich auch gefragt wie man hier weiter kommt oder wie man generell hier kommt aber jetzt kommen wir bald auch zu dieser unteren ebene wo es ich glaube giftig war oder lava war oder rott verrottung irgendwie sowas aber es war irgendwie rötlich so jawohl bumm zack bumm zack so immer weiter immer weiter jawohl so weit so gut ne ich guck mich noch ein bisschen um hier ist aber nichts okay shell wieder hoch die roten sachen hier einsammeln gasstein so so ö ö ö ö ö ö ö ö oh la oh la oh la schaden ist da okay schild oh la wieso hat der jetzt schon wieder die waffe gewechselt an mir es tut definitiv weh was sie auspacken oh das sind sehr große liebe erstmal tötet mir die ganz schnell Drei Hits, sehr schön Jawohl Und was bist du, Digga? Ah, nicht die Bellen Warte kurz Käfer, keine Ahnung Ich hab jetzt den Namen vergessen Junge, chill deine Base Agro Wespen halt Meine Güte, irgendwas Irgendwas, was nervt Oh, 10, nice Schildfett Ameisen Geh mal weg mit deiner Ameise, Alter Ja, ich weiß, das war gerade ein Dummer Moment von mir Ich konnte gerade nicht klar denken, weil ich konzentriert war So Jetzt kommen wir auch dahin, wo wir vorher nicht lang konnten Kurzer Brainfahrt Ach Nicht kurz Mein Brainfahrt T-Post, ja Mein Brainfahrt hält ewig Es kommt mir so vor, als ob gleich jemand mich von hinten kicken wird Mein Brainfahrt hält ewig Oh la la Nein Habe ich aber gesagt Denn es ist die Wahrheit Komme ich da nicht hoch? Willst du mich verarschen? Als ob Oder muss ich von woanders dahin? Wieso komme ich denn überhaupt hier hin? Ich kann hier runter Will ich aber noch nicht So Weiter Ei 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 Hier geht es weiter an der Kanalisation Kanalisation Zack Ich will auch ein Level Up bekommen jetzt langsam Um ehrlich zu sein Eine Gnade hier in der Nähe wäre praktisch Möchte ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen Noxtella Die ewige Stadt War es nicht vorher Nocron Die ewige Stadt Das ist eine Gnade Nimm wir auch Ich könnte hier runter Mach ich aber nicht Ich will zur Gnade Rufenaufstieg Kraft Oder gehen wir jetzt weiter auf Weisheit Ich glaube HP ist echt gut Wir müssen sehr viel auf HP gehen Ach so warte mal Bevor ich was mache Lass uns sprechen von demigodem Ich war einmal ein Imperium von demigodem Nur ich Nicola und Melania konnte das Titel Jeder von uns wurde von unseren eigenen zwei Fingern als ein Kandidat für die Königin Marika um die neue Gnade der kommende die ich bekommen Blythe in der Form von einem Vassal für ein Imperium Aber ich würde nicht acquiesce zu den zwei Fingern Ich habe die Rune von der Rune von der Rune von der Rune von der Rune Rani gefällt mir immer mehr. Die ist halt sehr ehrlich. Also ich mag Rani unglaublich sehr. Und reitet da jemand auf der Ameise oder sieht es nur so aus? Tatsache, da reitet jemand auf der Ameise. Aber Rani, best girl. Komm her. Oh, beide. Heilen, heilen, heilen. Beide getötet, nice. Nox, Mensch, Arme, Reife, okay. So, bisschen leiser wieder. Ich hätte jetzt gerne doch geguckt, was jetzt da unten war. Aber jetzt komme ich nicht mehr hoch. Obwohl doch, ich komme da hoch. Wir gehen da mal kurz runter, ne? Ach, kurz runter, sag ich schon, kurz hoch. Und dann springt dort runter. So. Gehen hier hoch. Und geh dann da runter. Ah, die töten wir mal nebenbei. Drei Schläge. Nicht vergessen, Tollu. Jawohl. Und dann dich noch. Nicht sterben. Heilen, heilen, heilen. In Ordnung. Tot. Zack. T-Poster wieder dort? Ja. Dann machen wir es mal ganz schnell, kurz und knapp. Boom. Oh. Oh, Leute. Heile. Und dann gehen wir mal hier schnell runter. Yes. Dann hier lang. Yes. Und da ist eine Kitzte, wie es scheint. Und hier komme ich auch hoch. Was wir als erstes machen. Und dann endlich dieses Scheiße-Item bekommen. Zack. Dunkelschmiedstein 6. Okay, nehme ich auch. So. Und hier ist nichts außer der Kitzte. Und mehr können wir, glaube ich, ja auch nicht machen, ne? Ich springe mal gleich runter. So. Was kriegen wir hier? Schwinge von Astel. Ist das eine Waffe? Wo ist das? Da. E-D-D. Sternennebel. Ich kann es auch tragen. Kugel. Wow. Wow. Die Waffe gefällt mir. What the fuck? Die scheint auch nicht mal so, sieht auch nicht so schwach aus. Muss ich ein bisschen leveln. Oh, Leute. Wie geil. So. Ich kann dich wahrscheinlich von unten aus töten. Dieses Scheu-Saal. Lymphau. Einsel. Heile. Komm runter mit deinem Kopf. Jawohl. Töt. Warum können wir hier hin? Hier ist ja nichts. Vielleicht eine unsichtbare Wand. Warum kann man hier hin? Ist hier was versteckt? Nö. Okay. Weird. Sehr komisch. So. Können wir dann irgendwo hinspringen. Nur runter von hier. Hier. Da ist ein Item. Ich würde aber gerne dort zur Säule. Nur stellt sich die Frage, wie. Weil das glaube ich sogar ein blaues Item, was ich haben wollen würde. Ich kann auch kein Pferd rufen. Ich hätte sonst versucht, auf die Säule zu springen. Warte mal. Hä? Wieso bin ich hier runter gesprungen? Ich hätte... Ich verstehe. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich kann da eigentlich hin. Zack. Eigentlich kann ich da hin. Ich hätte da einfach runterspringen können. Und das auch noch ein Item. So. Erstmal hier hin. Zack. Mit Stein 3. Nichts Besonderes. Sehen wir hier was? Nö. Dann nochmal teleportieren wir uns... Was ist hier? Ja. Nochmal hier hin. So. Gehen wir dann wieder hoch. Und der ist dort wieder. Limpfau Limba. Warte mal kurz. Ich will noch kurz nochmal auschecken, wie die Werte davon sind. Von der Waffe, die wir gerade bekommen haben. Die macht magischen Schaden. Hat auch... Hat auch ein relativ gutes Scaling. Wo ist denn die andere Waffe, die ich ausgewählt habe? Da. CDD. EDD. Vielleicht, wenn wir die buffen, könnte die echt gut sein. Die ist halt nicht schlecht. Upsa. Ich will die so vergleichen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. So. Wieder hoch. Und wir müssen uns wieder um diese Viecher kümmern. Öh. Jo, Bro. Ui, 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 ui. Come, yo, tiz, bruh. So. Einmal um dich herum. Lul. Lul. Ui, ui, ui. Okay. Ich habe nicht gedacht, dass das trifft. Zack. Junge, ich konnte nicht mehr rollen. Oh, oh. Das ist gefährlich. Oh, lo. Ich bin fast tot. Heilen, heilen, heilen. Wupp. Vergiftet. Nice. Limpfau. Okay, jetzt. Aus dem Grund habe ich Probleme gegen den. Ich komme nicht mehr rum. So, meine Güte. Warum hatte ich so Probleme gegen den jetzt auf einmal? Ich habe jetzt vergessen, wo ich lang musste. Äh. Von wo kam ich? Äh. Hä? Fuck, jetzt habe ich meine Orientierung verloren. Ich wollte hier runter. Glaube ich. Oder? Ups, ja. Nicht da, sondern hier hin. Ach ja. Zack. Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube schon. Genau. Und das Vieh ist auch nicht mehr da. Zack. Jawoll. Leck. Ha, äh, ähm. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir zu den Säulen kommen. Obwohl, ich schaffe das gar nicht, ne? Zu den Säulen zu kommen, irgendwie. Ich würde hier sterben. 100 pro. Und dann gucken, wie weit ich hier komme. Obwohl, da, hier geht es lang. Okay, sehr schön. Hier komme ich zum Item. Sehr. Jip. Wä? Jip. Okay, watch the side. Äh. Wie, 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 wie machen wir das jetzt? Äh. Oh Gott, ich habe Angst. Heile. Okay, hab's geschafft. Okay, das war doch nur weiß und nicht blau. Aber so ein Schmiedstein ist okay. Knapp. Und dann können wir kurz hier hin. Zack. Jawollek. Und da geht's auch weiter. Hallo, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jawoll. So, wir schauen, bevor wir hier lang gehen, schauen wir uns kurz hier auf dem oberen Plateau um. Hallo. Nö. Boot. Oh. Da ist noch jemand. Lul. Schmiedstein eins. Scheiß auf deine Bohler. Okay. Sonst gibt's hier nicht wirklich viel zu entdecken, ne? Lululululululop. Ne. Hier gibt's nix. So. So, jetzt sind wir hier. Und was ist hier? Wo ist hier? Hier sind ein paar Gegner. Mit paar meine ich sehr, sehr viele. What the hell? Waren wir nicht hier? Oh, lol. Wir sind jetzt einmal hier rumgelaufen, Lul. Oh, oh, tot. Oder auch nicht. Ich könnte mich da retten, lol. Wie ich mich da gerettet habe, ich habe keine Ahnung. Nice, noch einmal. Nein. Nochmal, nochmal, nochmal. Jawohl. Ich töte die mal mit dem AOE, was ich habe. Okay, und jetzt per Hand. Zack. Uiuiui. Jawohl. Holy macaroni, ne? Nicht weniger Gegner. Aber ich habe ordentlich Tränke zurückbekommen. Und da gibt es noch einige. Aber da ist auch der Reiter, glaube ich. Hä, ne, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt hier ganz unten. Da habe ich nie hier nachgeschaut, wo es lang ging. Ich dachte, ne, ne, ich bin ja komplett woanders. Hier war ja auch ein Boss, weil irgendwo... Lol, bin ich blöd. Hier... Ja, ne. Ich war hier schon mal. Hier ging es dann weiter. Oh, das ist auch ein Item. Hä? War ich immer wirklich hier, wenn ich die ganzen Items übersehen habe? Goldene Rune. Und da ist auch noch was. Stimmt. Ich habe mir damals gesagt, nee. Das lassen wir hier, weil wir ja sowieso noch nicht drankommen. Aber stimmt das wirklich? Kommen wir überhaupt hier nicht dran? Wir müssen hier hochspringen. Von der Säule irgendwie. Wir müssen da irgendwie hoch und dann runter, auf die Säule. Und hier gab es auch einen Boss. Alter, ich hätte schwören können, dass ich hier war. Ich glaube, ich war sogar hier. Nur kann ich mich nicht mal vernünftig daran erinnern. Ja, stimmt. Hier ist dann der Typ, den wir geklatscht haben. Ja. Oder sind wir nur nicht hier lang gekommen, weil es ein anderer Weg ist. Ich bin gerade echt ein bisschen irritiert. Wir gehen aber zurück. Und gehen zu Noxdella. Zack. Und gehen jetzt hier lang. Mit Schild natürlich. Denn ich weiß nicht, was mich alles hier erwartet. Diese Gegend ist auch riesig. Guckt euch das an. Und da erwartet mich jemand schon. Und da auch. Oh, oh, oh. Was ist das? Ich will jetzt hier nicht sterben. Bro. So. Pecherdeutsche. Und ihr seid voller Elektrizität. Oh, oh. Okay. Vor dem muss ich aufpassen. Töten die ihre eigenen Kollegen? Yes. Das sind ziemlich viele, merke ich. So. Stirb. Jawohl. Lol. Kann hier lang. Ich kann überall lang. What the fuck, alter. Zu viele Möglichkeiten, wo ich lang kann. Und das. Was ist denn hier los? Die sind ja tanky. Aber dann Schild ist. Oh, oh. Das funktioniert nicht ganz, wie ich es wollte. Ich muss irgendwie hinter deren Schild kommen. Na, umdrehen. Zack, zack. Wieso heilst du dich nicht, hä? So, wollte ich schon sagen. Warum heilst du dich nicht? Ich habe die ganze Zeit vier gespammt. Oder was Liedernes. Klangperle. Yes, sir. Wir gehen mal runter wieder. Zack. Geld. Nehmen das mit. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da ist auch noch so eine Kiste, glaube ich. Ja. Ist jemand hinter mir? Ich weiß nicht. Ne. Oh, schönes Ding. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Eiler. Eiler. Das öffnet nix. Das öffnet nix. Aber das hier. Nochmal was Liedernes. Ameisenschädelplatte. Ist das ein Schild? Ja. Ist ein Schild. Löst Vergiftung aus. Not bad. Ist ein bisschen schwer, aber not bad. Wie schwer ist er jetzt mein... Okay. Munkrar. Gönnen wir uns. Gönnen wir uns. Wir gehen aber erstmal hier weiter hoch. So. Links oder rechts? Oder links waren wir schon, ne? Ja genau. Hier waren die ganzen... Aluminiumschleime, nenne ich die mal. Goldne Rune. Lul. Oh, das sind diese Schilddinger. Okay. Hab die komplett übersehen. So. Hoffentlich nichts, was jetzt droppt. Zack. Kann ich hier hin? Wäre cool, wenn ja. Ja, kann ich sogar. Lul. Wieso komme ich hier aber nicht rein? Ups. So weit runter wollte ich jetzt auch nicht springen, aber hab's jetzt getan. Aber vielleicht war es doch was Gutes. Vielleicht finden wir hier was in der Ecke. Ja. Tun wir sogar. Asche der Bogenschützen. Uh. Not bad. Not bad. Not bad at all. So. Dann nochmal hier rein. So. Und dann nochmal hier rüber. Und dann versuchen nicht runter zu springen. Genau. Zack. Jetzt sind wir hier. Ja. Mal gucken, wie weit wir hier kommen, man. Wäre lustig, wenn wir irgendwas Interessantes entdecken oder das nicht geplant ist, dass man hier hin soll. So. Ich sollte mal wieder die Scheiße anmachen. Äh. Zack. Damit ich auch was sehe. Nicht runterfallen. Das wäre unschön jetzt. Und den ganzen Weg hier hin zu kommen, ist echt scheiße. Ich weiß echt nicht, ob es geplant war, dass ich hier hinkomme. So. Weil hier kann man definitiv weiter. Ich glaube, ich hätte von der anderen Seite kommen müssen. Ja. Ich hätte mir auch einfach den ganzen Weg sparen können. Lul. Naja, naja, naja. Ist es da eine Kugel? Ja. Kommt ihr jetzt hier hin? Zu mir? In die Mitte? Ja, so in etwa. Äh. Toll. Wir gucken mal hier nach. Kommt ihr auch zu mir direkt? Oder wie? Da sind zwei Gegner. Ja, 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 ja. Okay, gut. Alles Gucci. Das sind zwei Gegner, die nicht unbedingt schwach sein müssen. Okay. Let's go. Okay, beide haben mich gesehen. Ich dachte nur einer. Und diese komischen Wackel-Waffen. Nein. Warte. Zack. Ne, hat nicht ganz funktioniert. Okay, die sind zu schnell. Zack. Lul, what? Heilen direkt. Lul, doppel- Stoppelschild-Modus. Chill. Nein. Okay, das ist unschön, unschön, unschön. Ich kann keine Sachen verlieren. Heilen. Na, okay. Zack. Na. Ah, schon wieder Doppelschild-Action. Heilen, heilen. Nein, ich stecke hier fest. Lul. Lul. What the fuck? What the fuck? Was war das? Nein. Okay, ich muss schnell an meine Sachen wieder rankommen. What the fuck war das? Der ist ja bis hier hingekommen. Und ich dachte, ich wusste nicht mehr genau, wo ich war. Scheiße. Ruhnbogen aktivieren. Und wieder hoch. Alter. What the fuck war das? Komm her. Jawohl. So, ihr seid ja die Elektro-Boys. Und boom. Lul. Lul. Jawohl. Ich hoffe, die nerven nicht. Du nervst aber. Oh leu. Jawohl. Da ist Kugel da oben, ne? Dass sie bis zu mir gekommen ist. Äh. Wo ist meine Waffe? So, Beuys kommt her. Radar-Zach ist ihm auch geil. Wo ist das Ding? Stirb. So, das hätten wir dann. Warum komme ich jetzt... Kann ich aber hier rein? Weil da eine Kiste ist. Was Lidern ist. Okay. Nachtjungfer und Schmerdmeidpuppen. Oh, ich kann die beiden rufen. Insane. Wie viel kosten die denn? 97. Und der 95. 100. Alter. Wollte ich nicht alles bekommen. 31. Hab ich jetzt. Oh. Hier geht's nicht lang. Natürlich nicht. So. So, jetzt muss ich vor dem aufpassen. Bleibt es dort stehen. So, komm her. Wow, wow, wow. Das hat mich hart erschreckt. Und, tot. Gut. Diese Waffe enttäuscht mich nie, alter. Radar-Zach war episch. Larventrainer. Nice. Ich kann mich so oft jetzt wiederbeleben. Also, wiedergeboren werden. Zack. Goldene Rune 10. Jawollek. Ich hatte aber eine Gnade in der Nähe. Denn, es ist ziemlich gefährlich. Kann man hier hin? Fragen über Fragen. Hinter mir ist was. Nice. Wusste ich's doch. Ich bin jetzt stuck. Heilen. Schnell ausweichen. Oh, oh. Heilen, heilen. Alter, alter, alter. So. Die kann man, glaube ich, auch stagern. So. Objekte aufheben. Larventräne. Okay. Bup. Goldenes. Was krieg ich denn hier? Große Geister-Talili. Keine Ahnung, was die mitmachen, ne? Können wir mal direkt nachgucken. Sind die hier irgendwo? Ich hab jetzt vergessen, wo die waren, sind. Wart auch immer. Nee, hier sind die nicht. Nee, immer noch nicht. Da sind die Karten. Hier ist die Klangperle, ja. Hä? Wo waren die jetzt? Geister-Talili. Oh, das Wurzel-A. Kann ich halt den Typen wieder geben? Habe ich vergessen. Äh. Hä? Wo war das jetzt? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Ja. 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 Vielleicht doch Verbrauch und ich hab's nur übersehen. Material. Müsste dann hier sein. Ich bin gerade blöd. Ich find das nicht. Ich find das gerade echt nicht. Eigentlich müsste es eventuell sogar hier sein. Fuck. Vielleicht hier. Nee, da. Hier, hier, hier. Verstärkte rumreicher Asche auf... Ah. 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 Okay. Jetzt weiß ich auch, was die bringen. Sehr schön. So. Das hätten wir dann schon mal. Und dann gehen wir hier hoch. Obwohl, bevor wir hochgehen, schauen wir uns nochmal hier um. Und Schild ist gone. Wollte schon sagen, es ist fies, aber ich muss da nicht hochspringen. Sehr schön. Bossfight hier. Okay, da geh ich nicht rein. Das schreit förmlich nach einem Bossfight. Oder? Mit Stein. Kann ich hier rein? Nee. Okay. Nee. Das schreit hier förmlich nach einem Bossfight. Okay. Ich hab Angst. What? Ah, ich hab dich gesehen. Komm runter. So. What the fuck? Wie viele droppen denn noch? Zack. So. Alter. Ach so, die explodieren nicht. Oh, da. Na, kommt der, kommt der, kommt der. Ja. Bleibt ihr hier stecken? Ich glaube nicht, ne? Ich glaub, der kommt hier durch. Oh, oh. Nice, haben wir. Laventrainer. Zack. Bam. Äh, warte kurz. Machen wir es mal ganz schnell. So. Hab ich ein bisschen beschleunigt. Bam. Jawoll, Leck. Kommt da noch mehr? Ich hoffe nicht. Ich will jetzt, ich hab jetzt 48.000. Ich will, ich will, ich will erstmal die Laternen anmachen und dann gucken wir mal, was hier dran ist. Dunkelschmiedstein, nochmal sieben. Ja, moin. Können wir die Waffe auch noch ballern? Wie, hier kommt eine Kugel, ne? Ich raste aus, wenn hier eine Kugel angeflogen kommt. Weil es sieht so stark nach aus, als ob ihr hier was spawnt. Oh, Leute. Ja. Ja, ja, hier, es kommt gleich was. Oh, Leute. Bam. Dunkelschmiedstein 6, jawoll. Spawnt hier nichts? Was? Okay. Okay. Ich würde gerne jetzt echt eine Gnade haben. Ich bin jetzt ziemlich weit und hab 48k. Ei, 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 ei. Und hier ist kein Boss? Bro, what the fuck? El Kringer. Ah. Das ist ja für Glaube. Ja, ich guck nur kurz an, was sie mir nochmal bringen. So, dann nehmen wir mein Samurai-Schwert. Und mein Schild. Oh. Okay. Komm. Silbertrainer, komm zu mir. Komm zu mir. Bam. Jawoll. Komm her, komm her. What? Nein, 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 nein. What the fuck? Heilin, Heilin. Und wie siehst du denn aus, Alter? Okay, hab ich nicht. Okay. Okay. Okay, schnelle Kombo. Ende mit dir. Weg mit dir. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Vor allem da steht noch einer. Ich schau mich seitlich um. Ob ich irgendwas entdecke. Weil ich hätte schwören können, hier würde ein Bossfight stattfinden. Alter. So offen. Oh. Ja. Bitte kein Bossfight. Okay. Oh, Leute. Heilin. Nichts riskieren. Gar nichts riskieren. Stirb. So. Sehr schön. Und wir kriegen hier. Was goldens? Wieder. Mond von Noxtella. Okay. Sehr schön. Aber. Was bringt mir das alles? Wieso bin ich jetzt so weit hier hingekommen? Weil das ist doch eine Sackgasse oder jetzt nicht, ne? Oh, da ist... Upsa. Hier geht's nicht weiter. Oder ist das wirklich eine Sackgasse? Und vielleicht geht's hier hinter weiter. Nö. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ah. Noxtella, Moxtella, Alter. So. Was kann ich hier denn noch machen? Ich könnte hier runter und dann... Ne? Moxtella ist also noch nicht vorbei. Wie es scheint. Ich hab den Mond jetzt bekommen. Ich hab das hier alles... erforscht. Oh. Oh, 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 oh. Upsa. Wie... Wie komm ich jetzt da hin? Zack. Wie komm ich jetzt hier auf das Plateau? Ich glaube... Ah. Ich guck mal kurz nach. Kann ich mein Pferd ausbauen? Nein. Ich glaub, man kommt da nur von unten weiter. Noxtella haben wir noch nicht durch. Vor allem gibt's überhaupt keinen Boss. Frage ich mich. Äh. Ich teleporte mich mal hier. Und mach ein Level-Up. Nochmal auf HP. Zack. 32. Und dann mit Rani reden. Okay. Was Neues hat sie nicht zu sagen. Okay. Die Scheiße ist hier aktiv. Kann ich noch nicht aktivieren? Okay. Komisch. Naja. Dann schauen wir uns ein bisschen hier um. Dass ich hier kein Pferd benutzen kann, ne? So. Na gut. Dann eben so. Immer noch nicht. Okay. Sehr schön. Hier ist ne Ruine. Okay. Okay. So. So. Oh. Oh, 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 unschön, unschön. Bam, Junge, ins Gesicht. Spielstein plus sechs. Heilig fett mit Kordel. Okay. Da ist ja die Gnade, die wir berührt hatten. Hm. So. Wird etwas hier geiler eigentlich, aber hey, was soll's. Silbertränen in Hülle. Lauf, 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 auf, lauf. Waren wir da? Ich war, nee, noch nicht. Wir waren da oben. Oh. Hallo, Sch... Sch... Schnee... Äh, ja, Schlangenstecken, ne? Himmels... Himmelsstau. Okay, ich wollte Himmelsstau lesen, aber es war... Himmels... Stau. So. Hier können wir ein wenig lang. An den Wänden sind doch diese Schlangenschnecken. Hörten wir den mal ganz schnell. So, oh, hallo. Jawohl. Kurz hier überall aufräumen. Oh, hab ich vergessen. Upsala. Hallo. Hey. Was soll das? Stirb. Komm, springt von der Wand runter. Ich sehe euch doch schon. Okay, ne. So. Und... Bumm. 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 Ah. Hier war nichts Besonderes. Wir können da die Treppen hoch oder... Erstmal hier aufräumen. Wir räumen hier erstmal auf, ne? Ui, ui, ui. Bro. Was schießt da oben? Ah, die Teile. Äh, wir gehen da erstmal hoch. Die gehen wir ein bisschen auf den Sack. So. Kurz hier nachschauen. Ne. Oh. Da ist was Großes. Obwohl. Nicht wirklich, ne? Da ist aber eine Kiste. So. Was weiß es. Geisterteil, Lilium. Okay. So viel konnten wir hier jetzt oben auch nicht machen. Einen Moment. Okay. 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 Was schönes bekommen, ein Sucuk Baguette. So. Ja, was wir jetzt aufpassen. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Obwohl, ich kann die von hier aus abwerfen. Zack. Oder? Kann ich die damit abwerfen? Nice, die fallen runter. Nice. Dann springen wir runter. Und hallo, Kollege. Heilen direkt. So, und jetzt explodier. Na. Oh, oh. Ich sterbe. Ich bin tot. Das war zu viel, Alter. What the fuck. Das war dann echt doch zu viel. Okay. Erstmal dich tötern. Damit du uns nicht später nervst. Nein, nein. Oh, mein Gott. What the fuck? Was ist das für ein one-hit? Okay, 20k weg. Dann packen wir die Schwiergang-Geschütze aufs. So, du kleiner Wichser. Du hast all meine Sachen zerstört. So. Komm her. Komm her. So. Mit der Waffe ist es doch am schönsten. So. So, 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 so. Dann räumen wir mal auf, ne? Zack. Ui, 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 da habe ich nicht explodiert. Jawohl. Explodier, explodier. Jawohl. Alter. Schnell alles töten. Loh. Stirb doch. Oh, läuft. Die habe ich gar nicht gesehen. Heiler. Warte, weiß was. So, räumen wir einfach auf. Zack. Und stirb. Oder auch nicht. Oh, leu. So. So. Irgendwann haben wir 10.000 wieder zurückgekriegt. Ich wünsche, ich könnte auf dem Pferd sein, ey. Oh, hallo. Und explodier. So. Ne, hier war es nicht. Aber wir können ja trotzdem gucken, was hier oben ist. Hey, 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 hey. Und wo? Da. Und stirb. So. Einen Moment. Kurz wieder von Baguette. Hm. Das schmeckt mir sehr gut. Das schmeckt mir sehr gut. Oh, nein. What the fuck? Nein, nein, nein. Heilern, heilern. So. Die schnellen Angriffe sind gefährlich. Jawohl. So. Ist da eine Nebelwand? Nee. So. Oh, der lebt noch. Oh, der lebt noch. Boom. Big shock. Oh, runtergefallen. Kriege ich das? Mix bekomme ich. Okay. So, dann haben wir hier aufgeräumt. Himmelsstau wieder. Und wieder vom Baguette. Oh ja. Schmeckt sowas schon. So, das Problem ist, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir hier hoch? Da ist was. Hier kommt man hoch, ne? Steinschwertschlüssel. Nice. Hier ist dann Sackgast. Okay, man kommt hier nicht hoch. Komm her. Oh, Leute. Oh, chill. Meine Güte. Und stirb. Geht mir langsam auf den Sack, Alter. Jetzt kommen wir hier hoch oder runter? Runter. Okay. 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 Definitiv eine lange Reise bis jetzt. Oh, was ist das? Warte. Okay, nichts Besonderes. Okay. Dann raste ich mal hier. Ich bin ein Künstler. Doch er war ein Künstler von Imperium, er war eine kolossal Verkaufung auf der zwei Fingern. Blithe und Eiji beide. Er ist bereit, mich zu geben, aber sie beide verstehen. Was ist auf dem kaltischen Weg? Aber ich muss alles verraten, und verraten der Welt von dem, was vorhin kam. Ah. Ich muss dich auf die Liste legen. Ein anderer. Kind of Heart. Wie Kind of Heart wie sie. Ah. Diese Form hat meine Sprache verraten. Ich habe zu viel verraten. Vergiss, was du hörst. Vergiss. Ah. Diese Form hat meine Sprache verraten. Ich habe zu viel verraten. Vergiss, was du hörst. Vergiss.